Herzlich willkommen zum Fokus Online Business Talk. Ja, Digitalisierung soll Firmen dabei helfen, zukunftsfähig zu bleiben. Allerdings übernehmen sich viele Unternehmen hierbei, besonders die kleinen Unternehmen oder mittelständischen. Ich freue mich sehr, dass Herr Becker heute bei uns ist. Herr Becker ist Geschäftsführer von Proven Impact und Sie helfen und unterstützen Firmen, die sich mit Digitalisierungsprojekten etwas übernommen haben. Ja, so kann man das sagen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herr Becker, wie gehen Sie denn vor, wenn Sie es mit einem Projekt zu tun bekommen, das schon etwas ins Schlingern geraten ist? Ja, zuerst fangen wir einfach mal an, den Status quo festzuhalten. Also wir müssen mal schauen, wo drückt denn der Schuh, wo sind denn die Schmerzen im Projekt und was sind denn überhaupt Themen, die zu lösen sind. Dann müssen wir mit den Schlüsselpersonen und Sponsoren dringliche Gespräche führen, wie Ihr Blick denn auf das Projekt ist. Dazu gehören natürlich, wie gesagt, die Sponsoren, die das Projekt initiiert haben, die Projektleitung, aber auch die Fachbereiche, die natürlich dann die Nutznießer des Ergebnisses sein sollten. Basierend darauf wird ein Maßnahmenkatalog oder auch eine Roadmap entwickelt, was zu tun ist, wie wir damit umgehen können. Und schlussendlich wird daraus ein Maßnahmenplan und eine Priorisierung erstellt, die dann von dem Projektteam meistens mit unserer Unterstützung durchgezogen wird und das Projekt somit wieder auf Spur gebracht wird. Detaillierte Hinterformationen haben wir dazu mal zusammengefasst, sehen wir dann auch auf unserer Webseite backontrack.help. Da können wir Ihnen dann auch nochmal einen Einblick geben oder unseren Zuhörern, wie das Schritt für Schritt vollstarten gehen kann. Wie wichtig ist es denn, das Problem zu erkennen, bevor man überhaupt mit der Rettung beginnt? Aus unserer Sicht ist das unabdingbar, erst mal sich einzugestehen, einzugestehen, dass man überhaupt ein Problem hat. Da ist es wichtig, dass man natürlich schonungslos, offen und ehrlich mit dem Problem sich auseinandersetzt und das nicht irgendwie kleinredet, weil davon hat keiner was. Wir können bei unseren Analysen nur Problemfelder aufdecken, die wir entweder explizit nachfragen aus unserer Erfahrung oder die natürlich auch von dem Team offen und ehrlich dargelegt wird, weil sonst würde man ja vielleicht die vollkommen falsche Richtung gehen. Es ist ähnlich, wenn man beim Arzt einen Patienten hat und der einem was ganz anderes erzählt, wie soll man dann die Symptome richtig deuten, um den richtigen Therapieplan aufsetzen zu können. Ganz wichtig ist dann auch natürlich, mit der Mannschaft oder dem gesamten Unternehmen da auch offen und ehrlich zu kommunizieren, aufzupassen, was gesagt wird, sehr faktenbasiert, sehr ruhig, sehr neutral mit dem Thema umzugehen. Welche Richtlinien sollten denn zur Rettung definiert werden, Herr Becker, und wie kann das Vertrauen der Stakeholder wieder gewonnen werden? Also zu meinen sollte man natürlich klare Kommunikationsrichtlinien mit den Stakeholdern vereinbaren, wer sich zu welchem Thema, in welchem Umfang äußert. Man muss Transparenz herstellen, wie das aussieht. Man muss vor allen Dingen festlegen, wie Erfolgskriterien für eine Rettung aussehen, damit da nicht wieder der Scope-Screep zuschlägt und man sich um tausend andere Sachen kümmert. Und vor allen Dingen muss man natürlich mit dem Team sprechen und dafür sorgen, dass die wieder motiviert sind und sich auch wieder voll engagieren können. Denn es geht hier nicht darum, die Schuldfrage zu klären, sondern wir wollen Lösungen schaffen. Detaillierte Informationen habe ich in White Papers zusammengefasst, die wir gerne hier auch verlinken können. und habe dazu auch ein Buch veröffentlicht auf Amazon, was sich jeder gerne natürlich anschauen kann. Ich freue mich über rege Kommunikation dazu und Austausch mit den Zuhörern und Zuschauern. Gibt es denn Maßnahmen, mit denen verhindert werden kann, dass Projekte überhaupt in Schwierigkeiten geraten, Herr Becker? Natürlich gibt es Maßnahmen oder Rahmenparameter, die man vor allen Dingen schaffen kann, um viele Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen. Zuerst mal muss man natürlich mit dem Team feststellen, ob sie überhaupt in der Lage sind, diese Art von Projekt durchzuführen und nicht zu viele neue Sachen auf sie einprassen und sie natürlich auch die Freiräume haben, sich dem Projekt so widmen zu können, wie es notwendig geht. Wir empfehlen da zu starten mit einem sogenannten Digital Maturity Check-Up, um die Fähigkeit des Teams für so ein Projekt sicherzustellen. Denn in der agilen Arbeitsweise ist es natürlich ein Schlüsselfaktor, dass man in den sogenannten Sprints dann auch sprinten kann und nicht fünfmal anhalten muss, um sich die Schuhe zu binden. Deswegen muss da alles gut vorbereitet sein. Ein zweites Thema, was sehr oft vernachlässigt wird in vielen Projekten, ist das Thema Risikoanalyse und Risikomanagement. Denn es wird immer Sachen geben, unsere Einflussfaktoren, Krankheiten, die dann noch mit Ferienzeiten zusammenfallen, die ein Projekt auf der Zeitlinie nach hinten schieben. Und die kann man durch ein vernünftiges Risikomanagement vorab sauber aussteuern, indem man vielleicht dann etwas Druck rausnimmt oder Termine einfach verschiebt. Denn es ist in manchen Fällen besser, einen Termin zu verschieben, als die Anwender oder die Stakeholder zu enttäuschen mit irgendwelchen Themen, die nicht funktionieren. Ein zusätzlicher Faktor ist, dass man wirklich den agileren Gedanken etwas lebt. Denn man muss nicht immer in Perfektion sterben, sondern man kann auch was pragmatisch angehen, vernünftig mit Pareto-Optimum, wie wir so gerne sagen, erst mal was haben, damit arbeiten können und das dann Schritt für Schritt zu optimieren und zu verbessern. Weil in vielen Projekten, wenn man das auf dem Papier zeichnet, kommen tausend tolle Ideen, die man noch verbessern kann, die aber nicht wirklich das Tagesgeschäft verbessern und damit sehr, sehr viel Budget verzehren. Jetzt sind Sie ja gerade schon auf das Thema Motivation zu sprechen gekommen. Wie kann dann das Projektteam motiviert werden, alte Gewohnheiten hinter sich zu lassen, die eventuell zu den Problemen geführt hatten? Ja, zuerst mal muss man dann mit positivem Feedback auch arbeiten, weil das ist ja nicht alles schlecht, was in der Zeit passiert ist, sondern man hat da ja die Tendenz, immer nur die schlechten Seiten herauszuziehen und die ganz vielen positiven Sachen in den Hintergrund fallen zu lassen. Wir müssen mit dem Projektteam auch nochmal ganz klar herausarbeiten, welche Ziele wir denn überhaupt verfolgen wollen und wie wir da hinkommen. Und da geht es dann meistens nicht darum, einzelnen Stakeholdern einfach den Gefallen zu tun und Sachen damit einzuarbeiten, die vielleicht auch gar nichts damit zu tun haben, sondern wir müssen mit einem klaren Change-Request-Management ins Rennen gehen, um zu sagen, was wird denn jetzt umgesetzt, was muss angepasst werden? Und klar ist das unangenehme Arbeit, das zu formulieren, was man jetzt anders haben will. Es ist viel einfacher, einem über den Tisch beim Kaffee zu sagen, ach, das will ich jetzt anders haben. Aber darum müssen wir festhalten, weil nur so können wir auch wirklich den Scope zusammenhalten und nicht irgendwo an den falschen Ecken und Enden arbeiten. Und dann schlussendlich natürlich mit dem Team viel reden, sie mit einbeziehen, neutral da mit der Sache umzugehen, nicht den Schuldigen zu suchen, sondern eher die Probleme abzustellen, die zu den Herausforderungen geführt haben. Ja, vielen Dank für diesen Einblick, Herr Becker. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Gerne. Das war sehr interessant. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.